es irritiert mich gerade richtig, warum ist hier so ein Zombie-Geschrei? Es ist ja gehört, dass es irgendwie Super-Mutanten hier geben soll Das habe ich ein bisschen für ein Gerücht gehalten Wenn ich das Schreien so höre, dann klingt man doch darüber nach, ganz ehrlich Na gut, wie dem auch sei, sechs Leute So, ich hoffe man erkennt trotzdem ein bisschen was Wie gesagt, hier die Gamma oder Bridgeness habe ich ein bisschen hochgeschraubt Weil wir irgendwann gar nichts mehr gesehen haben, aber wirklich gar nichts mehr Noch weiter Das macht mir jetzt echt Angst Aber richtig übel Angst Ähm Ich bin zwar viele Geräusche gewohnt Aber dieses blöde Geschrei höre ich zum ersten Mal Also dieses, dieses blöde Geschrei Hört jetzt echt zu an, als würde der hier rumeiern Man würde auf den zulaufen Alter Schwede Ja einfach nur nicht selbst ohne Witz Egal wie Oder will ich hin Wenn ich da so hingucke, kommt es aus dieser Richtung Übel Und es gab kein Update Das Geräusch, wie gesagt, nehme ich jetzt zum ersten Mal so richtig wahr Dieses Geschrei, so oft hintereinander Die in der Wildnis Ganz alleine Und zwar wie gesagt gehört So etwas wie Super Mutanten geben soll Oder Super Zombies oder wie auch immer Wie gesagt Ich habe das für ein Gerücht gehalten Da hinten ist eine Absturzstelle Und das war der bestürzte Helikopter Ich gehe jetzt nicht hin Da sind nämlich gestern einigen Zombies über den Weg gelaufen Wo ich alleine Sehr wenig Chance Zweit konnte man gestern hieß noch Sagen du den rechten, nicht den linken Oh, das macht mir richtig Angst Ähm Aber alleine Wenn du drei an der Back hast, bist du auf jeden Fall verloren Verloren Richtig böse verloren Da eier ich doch lieber nur in Richtung Safe Zone Ich habe eigentlich gedacht Gestern, wo wir ein paar Mal draufgehauen haben Wir werden beschossen Sind seit lang so ein Back gewesen Den sie eigentlich Behoben haben wollten Oder sollten Aber dem scheint wohl nicht so zu sein Da hat der Kollege noch als Scherz gemeint Wahrscheinlich wenn du mit dem Baseballschläger Den Zombie auf die Birne haust Da irgendwie eine Kugel, die in den Körper hängt Noch rausgehauen hast Und das hört sich wahrscheinlich so an Wenn es auf dem Stein prallt Als würdest du beschossen werden Dann habe ich mich wieder so wegbeümmelt Boah, lecko mio Jetzt auf jeden Fall hinter mir ist Geschrei Hier So das ist auf jeden fall gut 204 den merke ich mir im Hinterkopf 5 Leute wie gesagt wir sind gestern auch von der Savesung wo ich jetzt drauf zulatsche Richtung Smorgel und 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 hier Richtung Smorgel dann haben wir uns hier so entlang die Küste die Orte alle mitgenommen sind dann hier lang hier oben zur Farm und irgendwo hier sind wir gefreckt wo gemerkt von Zombies umgehauen wurden auf einmal so viele die kamen aus dem Hinterhalt und es ist halt so dunkel gewesen das ist nicht wirklich wahrgenommen super super extrem mit diesem komischen was haben die Schreiber was ist das? das scheint die Safe Zone zu sein ich wollte schon sagen es ist natürlich auch sein dass jemand mit einer Taschenlampe rumneiht ne es ist die Safe Zone ich muss mal dass ich jetzt gleich hier in den Safe Radius komme damit ich erstmal sicher bin auch so krass hier mit der Vegetation das ist so geil da sind wir gestern auch unterwegs gewesen auf einmal steht vor uns ein Zombie auf super super geil die du vorher gar nicht wahrgenommen hast jetzt könnte so langsam nochmal der Radius kommen da vorne ist der Qualm der auch neu eingeführt wurde oh acht Leute einmal ein Lied Klaus Phoenix Klaus Phoenix ich glaube nicht ich glaube nicht dass das da hinten die Zonen sind jetzt fehlt halt die Zonen dass man von hier aus direkt alles ins Global Inventory ziehen kann ich meine Safe Zone na gut Klaus Phoenix es ist ein Bandit El Bandido ich bin schon mal hinten an meiner Lieblingsstelle ich bin schon mal hinten an meiner Lieblingsstelle war auch voll geil wo wir gerade aus Marvel gestern draußen waren zum Check gesehen ist irgendjemand in Smallville ich bin ganz froh dass wir da den anderen Weg eingeschlagen haben ich meine das sieht alles ein bisschen anders aus hier auch viel Grundzeug das ist so meine Position hier naja naja gut dann hab ich den Charakter auch wieder gesaved sehr gut Coconut Water Back of Chips kann man immer gebrauchen von Antibiotics sind jetzt so mein Haupt Heilungsmedikament 2 Stunden 29 Minuten jetzt gespielt gut gut 20 Stunden brauchst du für eine Gilde hier mal fragen ob vielleicht einer weiß von Antibiotics 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden was hab ich denn da für den E-Mail bekommen das Wichtige ist gut guck mal bei der Natur zu einer Fahne wir verfügen gerade auf dass das mit der Musik super super extrem momentan ist 7 Leute und ein Bandit der Bandit stört mich deswegen haare ich jetzt erstmal hier aus jetzt haben wir 2 Stunden 29 Minuten immer noch wenn man in der Safe Zone ist dann zählt die Zeit nicht mehr weiter dann bin ich nicht mehr die 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 sind die 6 6 und 7 also nicht weiter gut zu wissen wegen sich um das ist ein bildung der westen nicht 1 entgegen haben wir jetzt gleich 20 vor 2 lange nacht 1 wäre ja wenn hier bald die neue gegen kommt wo dann auch so ein super zombie existent wäre oder sowas in der gruppe versuchen müsste das hat mir echt eben angst gemacht trailer park gut gut gibt mir aber auch keine antwort soll es mir egal sein gut gut haben wir den charakter gesaved dann kann ich eigentlich mal hier ausloggen 204er Server mal merken weil vielleicht finden wir nachher noch eventuell besseren so das erste was wir machen global inventory saven alles weg weg wäre sie auch die waffe habe ich gestern übrigens so gefunden super geil position wäre wichtig gewesen aber naja bisschen gestorben lecker arsch passt schon und ein bisschen was hier auf reserve haben wir ja back of chips ok chips bringen nicht viel aber mal ein bisschen sättigung ich habe herausgefunden Cola und Can of Ham bringen sowohl die Essensanzeige wie auch die zu trinken Anzeige Durstanzeige wieder hoch ist ein Oatmeal richtig geil füllt direkt komplette Hungerleiste und Water oder Coconut Water eins von beiden füllt direkt die komplette zu trinken Anzeige wieder auf jetzt habe ich gedacht es ist so wie gestern dass ich kurz einlogge und der Kollege sich meldet aber naja ist eben halt nicht so passt schon oder war das das hier was trägt alles für ich weiß es nicht auf jeden Fall kannst du es finden Kollege hatte gestern übrigens hier so eine Wundenshield Barrikade gefunden das war das größte wo er sich drüber geärgert hat dass das weg ist naja ein bisschen was uns bzw. mir gestern aufgefallen ist egal wie viele Zombies wir gelegt haben wir haben gestern massig gelegt ohne Witz wir haben keine Dollar gefunden keine Ahnung was da los ist ob das momentan irgendwie untergesetzt haben oder ob das einfach nur Glück ist was zu finden weiß ich nicht auf jeden Fall uns ist kein bisschen in die Hand gefallen aber naja 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 gut dann würde ich jetzt mal sagen da breche ich die Aufnahme denn so lange bis der Kollege da war und schauen wir mal ob er mit zieht oder nicht weil der auf den kleinen da muss man immer dran denken ähm ja belasse ich erstmal bei der Folge hier und sag dann einfach entweder bis später oder bis zur nächsten Aufnahme und sag einfach mal danke fürs Zuschauen so bis später dann ciao ciao ciao